Hallo Tom, hier ist der Philipp aus der Schweiz. Ich grüsse dich. Hallo Philipp aus der Schweiz. Ich habe soeben deinen neuen Film Eine Million Minuten gesehen und ich muss dir sagen, ich war wirklich sehr berührt, auch emotional, wie ihr diese Geschichte von Wolf Küpper und seiner Frau umgesetzt habt. Wie ging es dir dabei, als du zum ersten Mal von der Geschichte gehört hast? Ich habe zum ersten Mal dieses Drehbuch gelesen vor anderthalb Jahren und kam aus einem Jahr, in dem ich zum ersten Mal keinen Film gedreht habe und war deswegen sehr, sehr angetan von dieser Geschichte, weil ich gemerkt habe, wie schwer mir das fällt, mich selbst zu mögen und meinen Selbstwert irgendwie zu generieren aus etwas, was nichts mit Arbeit zu tun hat, also nicht mit der vermeintlichen Arbeit zu tun hat. Also aus diesen Momenten, die man zu Hause hat, da fehlte mir ganz viel. Und deswegen konnte ich dieses Dilemma von dem Wolf Küpper total gut nachvollziehen, wie es sich anfühlt, irgendwie so zurückzutreten und irgendwie aus dieser Prägung rauszugehen, dass man nur wer ist, wenn man schafft, wenn man viel Geld verdient und wenn man irgendwie ein toller Hecht ist und viel unterwegs ist und durch die Weltgeschichte fliegt. Ich bin ja selber auch Familienvater einer Tochter und ich kenne natürlich auch viele andere Familien und es ist mir ungefähr eine Million Mal so gegangen in eurem Film, dass ich mich oder jemand anderes aus meinem Umfeld wiedererkannt habe oder einen Dialog wiedererkannt habe, wie er wirklich aus dem Leben sein könnte. Wie ist dir das dabei gegangen? Hast du auch viele Dinge aus dem echten Leben wiedererkannt, vielleicht aus deinem Umfeld? Na klar, das ist auf jeden Fall eine sehr lebensnahe Geschichte für mich. Also schau, die meisten haben eine Familie, die meisten Freunde, die ich habe oder meine Blase, haben alle sehr aufregende Berufe, arbeiten viel und versuchen irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Und das sind die Themen, die uns alle angehen und mit denen wir alle täglich kämpfen. Wie schaffen wir das dort, die richtige Balance zu halten? Wie schaffen wir das, auch erstmal herauszufinden, was für uns die wichtigen Sachen sind im Leben? Und das ist natürlich auch die Zeit, die mit 40er, da schaut man so auf sein Leben, muss so ein bisschen so eine Bilanz ziehen bis hierhin. Was ist bis hierhin passiert und jetzt habe ich vermutlich nochmal 40 Jahre, aber die ersten 40 Jahre kommen ja auch schon nicht zurück. Ja, genau. Hast du den echten Wolf Küpper, hast du den echten Wolf Küpper getroffen für die Vorbereitungen? Also ich habe ihn getroffen, wir hatten ein gemeinsames Essen mit Caroline Herford, dem Christopher Doll, dem Regisseur und der echten Lehrer und dem echten Wolf Küpper. Ja, um jetzt wirklich mich für die Rolle vorzubereiten, war das glaube ich jetzt gar nicht so wichtig, dort ins Detail mit ihm zu gehen oder irgendwelche Manierismen oder so zu übernehmen. Denn Wolf ist ja nun mal keine Person der öffentlichen, also keine öffentliche Person eigentlich. Er hat ja das Buch geschrieben, das ist die Grundlage für den Film und als ihr euch dann zusammengesetzt habt für dieses Treffen, wie du es gerade beschrieben hast, haben die irgendwie irgendwelche Wünsche gesagt, genannt, geäußert oder haben sie gesagt, das wäre uns halt sehr wichtig, dass ihr das so macht oder was wurde da diskutiert? Wir haben tatsächlich fast gar nichts diskutiert. Der Wolf hat sich natürlich eingebracht und Vera, das war aber dann vermutlich eher im Vorfeld, denn sie haben immer wieder die Drehbuchfassung gelesen und sich dort natürlich auch eingebracht und gesagt, vielleicht kann man das anders erzählen. Das wäre aber auch eher eine Frage für den Regisseur. Wir haben tatsächlich in einem super netten Italiener gesessen und haben Uno gespielt. Uno ist ja ein zentrales Thema in dem Film, oder es ist so ein kleiner roter Faden. Es kommt immer wieder vor, dass die Familie zusammen Uno spielt. Und da kann man so ein bisschen seine Scheu ablegen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen klemmig oder aufgeladen. Da kommen die Schauspieler, da kommt der Autor des Buches und jetzt treffen die sich und so. Da ist das Uno-Spiel dann ein toller Icebreaker. Welche Szene im Film hat dich besonders berührt oder war besonders beeindruckend oder besonders witzig? Gibt es eine Szene, die du nennen könntest, die dir besonders geblieben ist? Ich mochte zu spielen. Eigentlich viele Szenen mit dem Vater. Ich kann mit diesem Vaterkonflikt wirklich viel anfangen. Also die Erwartung des Vaters an sich selbst, an seinen Sohn, die Wolf irgendwie abschütteln möchte. Dieses Gefühl, nicht zu genügen, das hat schon Spaß gemacht, das zu spielen. Ach, der Film hat wahnsinnig viele berührende Szenen. Also wie die Nina, meine Filmtochter, Fahrrad fahren lernt. Das ist eine super Szene. Mich hat als Vater besonders berührt, als sie dann das Feuerwehrauto fahren durfte. Wir wollen jetzt nicht so viel verraten, aber die Tochter hat ja so ein kleines Handicap. Das war ja auch der Grund, wieso die Eltern ihr mehr Zeit widmen wollten, eben diese Millionen Minuten. Und ich habe so mitgelitten, als dass das einfach bei ihr nicht vorwärts ging. Und dann wollte sie ja Feuerwehrmann werden und das schien dann auch schwierig zu sein. Da leitet man als Eltern schon mit. Das war berührend, fand ich. Super berührend. Ja, also auch die Szene, die dorthin führt. Also die Begegnung mit dem Bassi, dem Mann im Rollstuhl, wo sie dort im Café sitzen und sie ihm erzählt, dass sie das halt vermutlich nicht schaffen wird, tatsächlich eine Feuerwehrfrau zu werden. Toll. Ganz beiläufig schwingt ja noch das Thema Umweltschutz, Klimaschutz mit, weil deine Figur, der Wolf, ja bei der UN arbeitet oder die berät und da Lobbyarbeiten macht und das Thema voranbringen will. War das beim echten Wolf auch schon so oder hat sich das einfach jetzt als gutes Berufsbeispiel eines Mannes, der viel weg war, angeboten? Nein, nein. Er ist wirklich Biodiversitätsforscher und hat viele Forschungsreisen gemacht und mit seinen Ergebnissen und mit seinen Forschungen die UN beraten. Wie sie zukünftig in solchen Fragen agieren sollen. Ich habe mir dann überlegt, das gibt natürlich dem Film zu diesem universellen Thema des Elternseins und die ganzen Konflikte in der Familie zu lösen, auch eine ganz aktuelle Note durch seinen Beruf, weil das ist ja das große Thema, die Herausforderung des Klimawandels zu meistern und dass es einfach zu langsam vorwärts geht. Wie siehst du das? Ähm, ich bin da kein Experte in der Thematik. Ich spiele das nur und ich glaube, meine persönliche Meinung ist jetzt wie gar nicht so relevant. Verstehe, verstehe. Aber es hat dem Film, glaube ich, geholfen, weil das ist natürlich auch ein Riesenthema, egal auf welcher Seite man heute steht. Auf jeden Fall. Das ist ein Thema, aber ich stehe nicht gerne auf Seiten. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Gut, gut. Ja, und wenn du jetzt auf diesen Dreh zurückblickst, was wünschst du dir, wenn der Film jetzt ins Kino kommt und das Baby sozusagen losgelassen wird, was wünschst du dir, was das Publikum aus dem Film mitnehmen soll? Also ich wünsche mir zum ersten Mal, dass die Menschen den Film gucken, dass viele Leute den Film gucken, weil ich glaube, der Film kann einem viel geben. Ich wünsche mir, dass sie berührt sind, dass sie sich selber hinterfragen, dass sie über ihre Rollenbilder nachdenken, dass sie vielleicht anfangen zu träumen, was möglich wäre, dass sie mutiger werden. Ich finde das Tolle an dem Film ist, dass er nicht so moralin ist, sondern er macht ganz viele Angebote und nimmt halt auch keine einseitige Haltung ein und sagt nicht so, ihr müsst das so machen, so machen. Das ist ein ganz zarter Film, der irgendwie unser Dilemma beleuchtet und ganz tolle Fragen stellt. Ja, absolut, absolut. Ja, Tom, meine Zeit ist leider schon wieder um. Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch. Gratuliere dir zu dem Film, wünsche euch nur das Beste und hoffe, wir sehen uns bald bei einer anderen Gelegenheit. Alles Gute. Danke, viele Grüße in der Schweiz. Tschüss, danke schön. Tschüss, danke schön.